Ich habe dieses Jahr noch nicht einmal die Inception in der Hand gehabt. So, servus Leute, wir kommen bei der Abendschau. Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Die guten sind, wir ziehen was schönes. Die schlechten sind, es geht ins Geld. Ja, würde ich sagen, legen wir mal los Leute. Viel Glück. Ich bin heiß, ich mache jetzt mal die Top-Loader. Guck mal, kannst du mir den Top-Skater machen. Ich glaube, André hat sich noch eine Dortmund-Box geholt. Servus Nico, Servus Baba Gamer. André, hast du dir eine Dortmund-Box geholt? Ich denke. So, ich brauche den Filler noch. Wir nehmen Filler Martin. Okay. André hat sich noch eine Dortmund-Box geholt. André, vielen Dank. Machen wir gleich noch auf. André, im Gönner-Mode. Welcher André? André Gallin? André Gallin? André Gallin? Ja. Hast du schon die Box aufgehoben, eine? Ja, ja, hab ich schon, saubig. Hast du auch einen kleinen Cut rum. Bene sichert sich die Box aufs Haus. Danke, danke. Okay. Okay, warte, jetzt ist das richtig. Ich muss auch. Sei bloß vorsichtig, die letzten zwei nach oben, ne? Da ist nur rote. Und ne gelbe. Was? Rote ist 10? Ne. Das bedeutet 1-on-1, 5 und die rote ist 10. Mach keinen Scheiß hier. Mach keinen Scheiß hier. Sei bloß vorsichtig, ich will nichts sehen. Also wir müssen erstmal vorsichtig die ersten zwei hoch. Oder wenn das jetzt hier sowas von knallt, ne? So, die ersten Base-Karten können wir erstmal so ziehen. So, soll ich dich lieben und was? Ja, alle. So, wir haben erstmal Riyad Mahrez Base. Das ist Manchester City. Willst du alle Top-Lauder backen? Ja, und alle. So, dann haben wir Walker. Können wir fast sagen, ein Deutschland-Trikot-Kapper. Ja, es sieht nicht aus wie City. Das ist City. Guck mal wieder, du hast nur City-Bot. Aber da ist die rote. Ne, jetzt noch eine normale. Warte, wir machen noch was heute schon mal. Das müsste 150 sein. Wir haben Rookie Alvarez. Sorry, ich muss erstmal mit dem Setup vertraut sein. 1-on-1, schreib, guck mal. Alter, das wäre jetzt krass. Gelb ist 1-on-1. Hast du gelb gesehen? Safe. Aber weißt du was? Guck mal, jetzt schnüre ich das Ding hier. Armin und läuft nämlich weiter. Das wäre Schicksal, wenn du das jetzt weitergelaufen lebe. Der drunter ist die 10, oder? Ja. Warte mal. Wir haben Fabio Blanco. Den habe ich in meiner ersten Inception-Box schon gezogen. Gezogen als zu 10 Autograph. Das wäre geisteskrank. Jetzt kommt die zu 10. Boah, Leute. Absolute PC für mich. Eigentlich musst du das Mac packen. Ja, den muss ich mir von Dennis ein Mac leihen. Dann kriegt er wieder. 100. Boah, Leute. Ist das dick. Das geht aufs Haus hier. Alter. Warte. Digga. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ja. Das ist bad. Alter. Das ist geil. 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 Leute. Das kann ja richtig sowas von... Das war gelb zu 100%. Wenn das Monochon drohen ist, kriegst du... Alleine die ist ja schon brutal geil. Das ist so. Dann haben wir noch Basteltoni zu 150. Ey Leute, ich bin so zittricht. Hör mal auf jetzt hier. Hör mal auf jetzt hier. Ich hab eh seit Corona schon Vorlieben im Ende. Aber das wird dir heute echt geistesgestört. Basteltoni zu 150. Warte, 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 warte. Sag mal, sei mal ganz krass, ganz ruhig. Jetzt kommt nur noch die Auto, wa? Jetzt kommt nur noch Auto und es ist gelb. Es muss Auto kommen und es ist gelb. Es ist... Es ist eine 500 oder eine 101, Leute. Aufnahme läuft. Nicht gucken. Nee, ich wollte nicht gucken, ob sie setzt ist. 101, Wiener Uli! Digga, Rente. Leck mich am Arsch. Alter. Mach die hier schnell hier, komm. Bevor da irgendwas... Bevor da irgendwas passiert. Mach du selber rein, schnell. Das ist mein dickster Hit. Alter. Mach zu den Lachs. Ich kann nicht mehr, Leute. Alter. Wo ist dein Deckelchen? Hab mir. Hast du alles? Aber ich mach jetzt keinen Sticker, dann machst du deine Sticker auf. Alter, Falter. Die finde ich sogar brutal geil, ne? Alter. Deine erste One of One auf? Ne, meine zweite, aber die erste dicke Auto in One of One. Das ist ein Brett. Und... Alter, Leute. Und Sia hat die Box ausgesucht. Ey, deine Frau muss eigentlich jetzt hier rein. Geisteskrank. Ey, Leute. Geisteskrank. Ich kann nicht mehr. Was für eine Box. Was für eine Box. Ey, Leute. Es kann mich nicht mehr brechen. Ich öffne noch meine zweite Reception. Ich öffne die zweite. Ist das... Stell dir mal vor, dass jetzt noch eine drin ist. Die Rente ist durch. Die Rente ist durch. Wir öffnen noch eine. Ich finde die halt schon... Zeig mal den Eumann. Die war schon extremst geil. Atze gönnt sich die zweite. Die war schon extremst geil. Dinger. Und dann kommt einfach ein Reign Uni, One of One. Soll ich das da reinmachen? Ja, bitte. Das habe ich hier auch gemacht, lieber. Leute, ich bin gerade... Ich kann nicht mehr. Danke, danke. Geisteskrank. Geisteskrank. Patrick, das ist eine, die ich mir heute aus meiner Box... Aus meiner... Aus der Lieferung rausgenommen habe. Jetzt ein Booklet. Fünf waren drin, ich habe die Eins und die Drei genommen. Die Eins, zehn Jahre mit meiner Frau am 1.9. Und die Drei für den Geburtsmonat meines Sohnes. Alter. Ja, Patrick, freu dich auf deine beiden Boxen, die du ausruhen darfst. Geisteskrank. Geisteskrank. Was ist das? Scheiß auf Bastel, Toni. Egal, was jetzt hier drin ist. Die Box ist... Die beiden sind immer Real Talk. Totti finde ich schon sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. PC. Gebt die nicht ab? Das ist... Das ist... Das ist... Die ist clean, die Karte, oder? Kannst du einschicken. Sehr, sehr stark. Das ist 10 PSA. Hier, Leute, nochmal. Der größte Hit meines Lebens. Und dann bei einem guten Freund, Dennis. Der mich heute eingeladen hat. Sehr, sehr gern. Wirklich Wahnsinn. Ihr seht es ja selber. Kreisliga-Gelände. Guten Abend. Danke. Und als Dank dafür darf Dennis die Inception öffnen. Als Dank, da wäre die öffnen. Ich mache das aber falsch. Dennis darf dir als Dank öffnen. Die letzten zwei müssen noch um. Die letzten zwei müssen noch um. Die letzten zwei noch um. Ich gehe jetzt an die Seite. Dann setzt du dich einfach, oder? Und ja. Dennis darf dir als Dank öffnen. Alter Falter. Junge. Geisteskrank. Geisteskrank hier. Das zum Abschluss hier, ne? Atze chillt sich hier zu. Panda, Patrick. Danke, my friend. So, du musst mir jetzt nochmal erklären, denn... Du musst die letzten zwei nach vorne holen. Theoretisch. Es kann auch mal... Manchmal gibt es auch Seenboxen, die ein bisschen, also nicht richtig gepoppt sind. Alter. Aber wie sollt ihr? Das kann ich jetzt leider nicht mehr toppen, ne? Ja, doch. 2 Uhr noch um. Bucklet. Bucklet. Ne, Bucklet hätte man gesehen. Die Boxen sind ja leider durch Topsfehler. Ich habe es oben angeritzt, ja. Boah, Leute. Ich kann nicht mehr. Die unten zwei nach oben. Ja. Mach eine erst, weil manchmal rutscht ein Auto mehr vor. Du musst aufpassen, du musst die letzten beiden eigentlich noch um. Und probier mal ohne die Farm zu liegen. Das muss ich diesmal nicht wissen. Sorry. Also... Das ist mal spannend. Die letzten beiden müssen nach oben. Theoretisch. Also es kann nur irgendwie verrutscht sein. Tops macht halt auch Sachen. Ja. Boah. So, wir starten mit Harvey Elliot. Alter. FC Liverpool. Sind das noch genug, ne? Die Boxen sind krass. Also mein Großhändler kriegt einen Blumenstrauß zugeschickt. Kappa. Das ist geisteskrank. Geisteskrank. Einfach ein Rooney One of One. Zwei Legenden, die du hast. Leute, das ist Wahnsinn. Ich habe über 500 Euro in Inception Breaks geballert und habe keine einzige Karte bekommen. Da ist ein Handband. Ja. Ja. War es richtig? Ja. Unter. Aber alles gut. Aber da kommt das noch her? Ja, manchmal ist da auch so eine andere Inset dann. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ja, also wie gesagt Leute. Ich wurde so gebrochen und dann heute dieses Mega-Glücksgefühl. Es ist nicht zu passen, was es ist. Also gerade so eine schwarze Inset. Ich weiß wohl nicht wie gehösen. Das ist Anthony Langer zu 150. Ist auch relativ gut. Und wisst ihr meinen Call? Vorhin, ich habe gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, wenn ich Späne in der Box verkaufe, verkaufe ich den. Und das wäre wieder so gekommen. Ich habe Späne von Ernst gegönnt, aber... Paul Wanner zu 150. Nice. Auch nicht verkehrt. Es liegen noch zwei Karten da. Ja, jetzt die schwarze Inset und dann das Auto. Okay. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht wie die heißen. Wir haben jetzt... Hast du noch welche gespricht? 130. Ich bin theoretisch. Ja. Feiner, passt. Machen wir nur so ganz, ganz minimal. Nicht was das Auto ist, weil dann tauschen die Karten. Ne, ist diese schwarze. Uh, Serge. Serge Gnabry von den Bayern. Also schwarz, grau, ich weiß nicht wie der ist. Also normaltechnisch war schon mal die, die du ausgepackt hast, besser. Ja, die goldenen Hände von Maurice seiner Frau. Puh. Wirklich, im wahrsten Sinne. Und jetzt die Auto. Und jetzt hochnehmen und... Ja, du hast es ja heute mit. Ach so fett ist es. Wie gesagt Leute, eine Box gewinnt man, eine verliert man. Ich könnte noch 5 Boxen öffnen und das wäre scheißegal. Bei den beiden Hits. Ist einfach so. Das ist der größte Hit seitdem ich break it. Ja, ein Hector Bellerin hätte es also nicht sein müssen. Aber alles. Ich bin happy Leute. Ist das Hector Bellerin? Ja. Haha, der sieht aus wie ein Opa. Aber hey, du hattest einen Sporting Spot. Ja. Dann heißt, wir vergessen die... Also es war jetzt nicht... Schlecht. Ja, ein Wander-Dings. Ach, das ist Wander-Dings. Ich dachte gerade, wer bett ist hier wieder. Stimmt ja leider. Deswegen holen wir die jetzt mal ganz schnell wieder nach vorne. Und wir holen ganz schnell die wieder nach vorne. Was für eine Box. Wahnsinn. Geisteskrank. Geisteskrank. Das vor 130 Zuschauern. Leute, danke. Auch nochmal an Dennis, dass ich es hier öffnen durfte. Sehr, sehr gern. Und danke, dass hier... Danke, dass du es geöffnet hast. Irgendwelche Bots hier schon wieder. Was? Bots? Nots. 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 No, nots. But thanks. The Mamma Fisch. Vielen Dank.